Berlin, die Fans scharren vor Vorfreude schon mit den Füßen. Das Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Special in Spielfilmlänge steht in Startlöchern. Natürlich dabei Jonas Seefeld, gespielt von Felix van Deventer, 28, der vor Amorstpfeilen in Deckung gehen muss. Der gefeierte DJ schließt sich in der Sonderausgabe dem Familienoberhaupt Maren sowie Lilli, Jonas und Michi an. Ziel der Reise ist Spanien. Genauer gesagt, es geht zum Ferienhaus in Katalonien. Dass die Chaos-Blondine kürzlich von ihrer Tante geerbt hatte. Dort will die Familie Seefeld endlich Kraft tanken. Marens Sohn reist allerdings ohne seine Freundin Flo an. Was jetzt schon für Zündstoff sorgen könnte. Sie ist beruflich eingespannt und muss daher zu Hause bleiben. Ehe sich Jonas versieht, trifft er unter Spaniens Sonne auf eine schöne Unbekannte. Luzina. Nach einem Streit mit seiner Liebsten kommt ihm die Ablenkung mit einem offenbar unschuldigen Urlaubsflirt ganz gelegen. Oder verdreht dieser ihm so den Kopf? Dass mehr daraus wird. Der Jonas-Darsteller gab im Interview mit RTL einen kleinen Einblick, worauf sich die Zuschauer freuen können. Allen voran werde Flo's Abwesenheit für zusätzliche Spannungen und Herausforderungen innerhalb der Familie sorgen, erzählte der Schauspieler. Hinzu kommt, dass Jonas nach dem schweren Unfall weiterhin auf einen Rollstuhl angewiesen ist. GZSZ. Wird Luzina die neue Frau an Jonas' Seite? Die neue Umgebung bringt unerwartete Situationen, die ihn sowohl körperlich als auch emotional an seine Grenzen führen, machte der Schauspieler neugierig. Auf den Urlaubsflirt angesprochen, antwortete Van Deventer. Jonas trifft zufällig auf eine faszinierende Frau, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Diese Begegnung bringt neue Emotionen in sein Leben und führt ihn auf eine unerwartete Reise zu sich selbst. Wie genau diese Reise aussieht, dazu schwieg der Schauspieler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017